hallo ihr lieben danke dass ihr wieder dabei seid heute begeben wir uns hier ins wohnzimmer und arbeiten an der wohnwand hier vorne ihr habt ja schon in vielen aufräumvideos gesehen wie es hier vorne aussieht ich zeige euch gleich noch mal wie es momentan aussieht denn wir machen auch gerade noch den garten das heißt wir haben hier überall kartons rumliegen heute machen wir wirklich nur die wohnwand machen so ein bisschen was an deko innen drin in den schränken selbst auf und dieser fernseher hier soll irgendwann ersetzt werden und mit irgendwann meine ich erst nächstes jahr dadurch dass er hier nicht ganz so häufig in gebrauch ist schieben wir das sozusagen nach hinten mit der besorgung ihr müsst euch dann sozusagen nachher bild einfach mal vorstellen dass hier irgendwann mal ein großer fernseher an der wand hängen wird und nicht hier rum stehen wird wie der jetzige und ja ich würde sagen dann lasst uns mal starten ich zeige euch jetzt erst mal wie es bislang aussieht und dann legen wir direkt los viel spaß euch so sieht das wohnzimmer momentan aus das sind die ganzen kartons von denen ich gesprochen habe da ist alles für den garten drin wir werden nachher hier noch mal das wohnen das esszimmer aufräumen aber unser hauptmerk liegt heute auf dieser wohnwand und ich habe schon ein paar der deko artikel runter geholt wie ihr hier sehen könnt deswegen sieht es hier übermäßig voll aus und dann lasst uns mal in die schränke hinein gucken so sieht der erste schrank aus vom inhalt her an diese ganzen foto alben die hier drin sind müssen hier definitiv weg die kinder gehen viel zu häufig daran wie ich diesen bereich hier schon mal aufgeräumt habe habt ihr in einem vorherigen video mal gesehen das verlinke ich euch das müssen wir heute trotzdem mal durchgehen ja hier ist so alles was was bei uns so rumliegt einfach reingesteckt worden damit es erstmal aus der sicht ist hier haben wir einmal unsere ganzen kabel kabel und ähnliches ihr seht die qualität von den otto möbeln ist nicht unbedingt die beste und ich hier sind die ganzen controller und sowas von der die lässt sich immer noch nicht so gut schließen hier und die untere geht gar nicht so richtig auf das heißt das müssen wir heute auch beheben und in der anderen schrankseite seht ihr ja schon da liegt auch einfach alles irgendwie rum das kommt wahrscheinlich alles komplett raus hier und kommt ins büro ich habe ich hier damit begonnen die ganzen preise von den deko artikeln abzumachen ich muss sagen ich finde es merkwürdig dass die ganzen filialen da so einen starken klebstoff für verwenden man kriegt die preise nämlich kaum von diesen deko artikeln hier ab ihr werdet es jetzt bestimmt schon einige male gesehen haben ich verwende zum staubwischen immer nur wasser ohne zusatzstoffe oder ähnliches und das habe ich hier dann auch wieder gemacht ich hatte ja wirklich schon nicht allzu viele deko artikel und trotzdem habe ich wirklich sehr viel rumprobiert und geguckt wo kann ich was hinstellen habe ständig noch mal wieder umgestellt bis es dann so einigermaßen so außer wie ich es haben wollte in dem teddy hall habe ich ja bereits erwähnt dass ich diesen elefanten gerne streichen möchte und das werde ich wahrscheinlich auch wirklich machen denn ich finde der fällt zu sehr ins auge das wird dann aber irgendwann erledigt meiner meinung nach ist das immer die beste vorgehensweise erstmal alles aus den schränken herauszunehmen ich wusste schon im vorfeld dass wir nicht allzu viele sachen haben die wir in diesen schränken beibehalten möchten das meiste davon ist er fürs büro gedacht oder zum wegschmeißen da muss ich noch genau durch gucken hier habe ich wie gesagt erstmal alles rausgenommen und auch wieder sauber gemacht natürlich auch die glasflächen nicht vergessen und diesen alkohol haben wir schon ewig lange bei uns der stand vorher in der küche in einem der schränke ich habe die küche ja aufgeräumt und dementsprechend sollten die dann jetzt rauskommen die waren schon so verstaubt dass ich sie hier mit so einem fettlöser ein bisschen reinigen musste damit es nicht ganz so pekig aussieht wir haben nicht allzu viele medikamente meistens sortieren wir sie auch ziemlich häufig aus wir wollen einfach nur so einen groben überblick behalten was wir denn haben vor allen dingen für die kinder das wenn die kinder mal was haben wir zum arzt gehen können ganz genau wissen okay das haben wir zum arzt gehen können ganz genau wissen das haben wir nicht oder ja das haben wir zu hause und deswegen hatte ich nicht mehr allzu viel zu tun ich habe es nur noch mal hübsch sortiert und im zweiten schrank gehe ich genauso vor wie im ersten es kommt alles raus und ich verstehe flächen noch mal lang vielleicht habt ihr gesehen dass hier vorher unsere medizin sachen drin waren ihr habt ja gesehen ich habe sie rausgepackt und habe sie in den anderen schrank mit hinein gelegt deswegen war diese fläche da jetzt frei das hier ist etwas was ich wirklich schon vor einer langen zeit hätte machen müssen und das ist die foto alben aus der reichweite der kinder zu bringen einfach nur weil wir inzwischen schon so viele kaputte alben hatten und ja dieses sideboard da gehe ich wieder genauso vor wie bei den stand schränken und ich muss sagen ich finde diese wohnwand sieht super schön aus die haben wir damals von otto gekauft ich fand sie auch recht teuer und als sie dann bei uns ankam hat die qualität war schrecklich und ich wollte es nicht abgeben ich habe so ewigkeiten nach nach so einem schrank gesucht jetzt hatten wir den endlich gefunden haben ich glaube 14 oder 16 wochen auf die lieferung gewartet dann sollte ein ersatzteil geliefert werden weil da natürlich was kaputt war dieses ersatzteil hat noch mal zwölf wochen gedauert dann hat sich herausgestellt dass das ersatzteil was sie uns geschickt haben eine falsche farbe hatte das musste also wieder zurückgegeben werden ich hatte noch nie so viele probleme mit einem möbel stück und dann die reklamation davon war die hölle ich hatte wirklich nur eine kompetente frau am telefon die ich dann noch immer wieder angerufen habe wenn es probleme gab ansonsten hat es nicht funktioniert ihr seht ja da rechts unseren blu ray player ich denke den werden wir wahrscheinlich erstmal wegpacken und auch die ganzen dvds und cds sind wir mal ehrlich wir benutzen sie nicht das war früher noch so das ding heutzutage macht man es einfach nicht mehr wir haben netflix wir hatten vorher auch noch disney und das ist halt wirklich einfach nur eine platzverschwendung und immer so ein kleiner staubfänger hier habe ich noch die ganzen gegenstände aus den ecken herausgeholt ihr wisst ja bestimmt ihr habt auch so eine ecken wo ihr einfach erstmal was hinstellt weil ihr denkt das sieht man nicht ganz so dolle und dann wenn es ans aufräumen geht oder ans deep cleaning wie man so schön sagt dann merkt man wie viel miss sich doch da ansammelt und ja ihr habt richtig gesehen ich bin auch noch mal an den wänden lang gegangen wir hatten da so eine staubfusseln und die sollten weg und das schafft der staubsauger war wirklich ganz ganz toll und ich komme auch super in diese zwischengänge zwischen dem sideboard und den stand schränken wie ihr gesehen habt so ihr lieben wir haben es geschafft es ist jetzt vollbracht es fehlen hier und da noch ein paar sachen ich werde euch aber gleich nochmal was dazu sagen wenn ich euch sozusagen näher ran zoome und euch im schrank für schrank mal zeige wie das jetzt innen drin aussieht und dann erkläre ich euch so ein bisschen was jetzt habt ihr aber erstmal so ein allgemein so eine allgemeine übersehen dazu so ihr könnt sehen ich habe hier einmal die die fotoalben hingepackt dieser bereich ist so ziemlich gleich geblieben und diese zwei Schrankabteilungen sozusagen hier unten sind frei und irgendwann soll das auch mal wegkommen, ebenfalls wie auf der anderen Schrankseite. So sieht es in einem Einfach aus. Das sind die ganzen Wii-Spiele und die Nintendo DS von Max und die ganzen DVDs. Und hier drinne haben wir immer noch die ganzen Adapter und die ganzen Controller für die Wii. Diese ganzen Regale hier lassen sich nicht so gut aufschieben. Die wird Alex dann entweder heute Abend oder morgen machen. Wir werden mal sehen, wann er dazu kommt. Ja, hier sind die ganzen Kabel drinne und irgendwelche Ladekabel und ähnliches. Ihr hört's. Und der hier lässt sich gar nicht aufschieben. Wie gesagt, das ist die Otto-Qualität. Hier möchte ich so einen kleinen Bereich drin haben für mein ganzes Equipment. Also sprich die Kamera und die ganzen Festplatten, die externen und die USB-Sticks und ähnliches. Und das hier ist dann der letzte Teil. Hier sind immer noch die Bastelsachen der Kinder. Die habe ich genauso beibehalten. Hier ist meine Kamera. Wie gesagt, die soll irgendwann nach unten wandern. Und hier sind die Briefumschläge. Mal sehen, wo ich diese hier hinpacke. Das weiß ich noch nicht genau. Die sollen da aber nicht bleiben. Hier habe ich noch so gar keine Idee, was ich hier reinpacken soll in die einzelnen Dinger. Hier haben wir unseren Blu-Ray-Player. Hier haben wir die Fernbedienung mit den Kopfhörern, der Baby-Kamera. Und hier hinten ist das Tablet und der Laptop von Alex. Und einer der Deko-Artikel, die ich von Action gekauft habe, hat nicht oben in die Hängeregale gepasst. Deswegen habe ich es da unten reingepackt. Und hier drin haben wir den ganzen Alkohol. Dann kommen die Medikamente. Und hier sind noch unser ganzes Nähzeug. Wir haben nicht allzu viel. Hier sind dann so die Whisky-Gläser von Sagaform. Und ich liebe es. Ihr könnt es sehen, die sind so ziemlich modern gehalten. Seht ihr das? Und da haben wir auch nochmal Eiswürfel von Sagaform. Das sind so eine Art Steinchen, die dann natürlich nicht schmelzen, wenn man sie aus der Tiefpil-Truhe holt. Hier weiß ich auch noch nicht so genau, was ich machen werde. Wir haben hier ein paar Blumenvasen. Die sind Allergiker, deswegen kriegen wir nicht allzu häufig Blumen, Gott sei Dank. Und hier haben wir unsere ganzen Apple- und Huawei-Produkte. Und hier sind ein paar Extra-Decken. Hier haben wir zwei der Lorbeer-Bäume. Auf der Seite und auch auf der anderen. So, ihr habt ja jetzt so einen kleinen Überblick gehabt. Und ihr habt bestimmt auch gesehen, dass wir noch einiges an Alkohol und an Gläsern für diesen Alkohol in den Seitenschränken jeweils drin haben. Und das soll irgendwann komplett wegkommen. Ich habe vor, so eine Art, so eine kleine Bar, integriert entweder mit einer Vitrine oder mit einer Art, mit so einem Art Buffet-Schrank, im Industrialstil zu suchen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass das nicht ganz so einfach ist. Zumindest habe ich noch nichts entdeckt, was mir so sehr, sehr zugesagt hat. Ich möchte halt diesen Stil vom Holz und von dem Metall beibehalten. Und davon gibt es nicht so allzu viele Möglichkeiten. Vor allen Dingen, weil ich den unteren Teil, ja, als so Schranktüren sozusagen haben möchte, die sich auch abschließen lassen. Da ich auf keinen Fall möchte, dass die Kinder dran gehen. Ich weiß, Max ist zwar alt genug und versteht, dass er nicht dran soll. Aber auch er soll trotzdem nicht dran gehen können. Gehen ganz zu schweigen von Emma. Die wird mir wahrscheinlich sowieso schon alles aus den Schränken holen, wie sie es bislang ja auch immer macht. Und dieser Barschrank soll auf diese Seite hier kommen. Ich zeige euch das mal. Soll entweder an diese Wand hier vorne hinkommen. Zumindest wäre das so mein, ja, mein bevorzugter Platz für diese Bar. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn wir sie dann, falls es die nicht in ganz so schmal gibt, dass wir sie dann an die Wand stellen zum Esszimmer hin. Falls ihr also irgendwie mal auf einer Internetseite für euch selber seid und ihr findet so einen Schrank, sagt mir gerne Bescheid. Ja, ansonsten bedanke ich mich, dass ihr dabei wart und mir zugeschaut habt, wie ich das Ganze hier so gestaltet habe und aufgeräumt habe. Wir erwarten jetzt Besuch. Deswegen bin ich ganz froh, dass das alles hier fertig ist. Ich muss mich jetzt noch schnell umziehen gehen. Ja, und das war's dann. Wie gesagt, vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi!